Unser Alarmierungsstichwort war Verkehrsunfall auf der K12-31. Alarmiert wurde die Feuerwehr Bimpflingen und Großbettlingen. Beim Eintreffen der Feuerwehr Großbettlingen waren die Personen schon befreit. Die Feuerwehr Bimpflingen war schon am Einsatzort. Unsere Tätigkeiten waren dann noch Ölbindemittel abstreuen und Einweisen des Rettungshubschraubers sowie Abklimmen der Batterien. Die verletzten Personen waren durch den Rettungsdienst schon versorgt beim Eintreffen der Feuerwehr. Ein Rettungshubschrauber wurde von Seiten des Rettungsdienstes alarmiert und die Feuerwehr hat hineingewiesen. Wir sind hier auf einer Landstraße zwischen Großbettlingen und Bimpflingen bei einem Verkehrsunfall. Zusammenstoß zweier Pkw mit insgesamt vier verletzten Personen. Wir hatten hier vier Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und ein Notarztwagen im Einsatz. Die Patienten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Rettungshubschrauber hat eine schwer verletzte Patientin in eine weiter entfernte Klinik transportiert. Ein im verunfallten Fahrzeug mitfahrender Hund ist an seinen Verletzungen verstorben.